Miau und damit herzlich willkommen zur 18. Folge von Let's Play Borderlands mit mir Suicide Cat. Heute kümmern wir uns um Mad Mal. Es wird Zeit, dass diesem Mal unten jemand das Handwerk legt und das werden wir sein Mad Mal wir kommen. Okay, das ist Mad Mal. Ich kenn ihn. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verschabelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Und das werden wir sowas von tun. Hier, piss auf, okay. Töten wir Mad Mal. Okay, das war zu erwarten. Da haben wir auch schon seine Outrider. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie uns nicht überfahren. Weil wenn die uns überfahren, sind wir sofort instant tot. Okay, am besten wechseln wir jetzt auf die SLG und dann hauen wir das dämliche Fahrzeug davon endlich weg. Na los! Yes! Kurz bevor es uns überfahren hat, konnten wir es noch erledigen. Nice, nice! Ach du Scheiße, und da kommt doch schon Mad Mal. Und er schießt natürlich auch mit dem Raketen-Buff auf uns, was auch sonst. Und wir kämpfen unser Leben, aber Mad Mal ist erledigt. Wir kommen auf jeden Fall vorbei, Scooter. Auf jeden Fall. Wenn wir diese Situation nie überleben, aber das werden wir wahrscheinlich nicht. Und wir sind tot. Mal wieder. Naja, soll uns ja egal sein. Boah, das kostet. Das kostet. Ah, jetzt trinke dich, verdammter Outrider. Yes! Wir haben Mad Mal erledigt. Er ist Geschichte. Und das macht uns wiederum zu Legenden. Ja, mehr hat er nicht drauf. Für mehr als Zahnbelag hat es einfach nicht gereicht. Und wir müssen wieder laufen. Und wir laufen jetzt nach rechts oder nach links? Wir laufen nach rechts. Jawohl, ja. Nein, wir laufen nach links, weil da ein Speicherpunkt ist. Weil wir müssen ja jetzt dann reisen. Und wir wissen ja alle, reisen und Borderlands. Das verdreckt sich einfach nicht so gut. Außerdem habe ich hier eine Catch-a-Ride-Station. Ja, hier habe ich auch einen Speicherpunkt. Na gut. Ja, du bist hier drüben, Claptrap. Was geht ab? Danke dir, Claptrap. Yes! Wir können nach New Haven. Wenn der Ladebildschirm mitmacht. Na komm, lass mich nicht hängen, Spiel. Borderlands. Lass mich weiterhin Bock auf dich haben. Und wir sind tatsächlich da. Jawohl, ja. Wir sind in New Haven. Ich werde jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ja, wir werden auf jeden Fall Scooter darauf ansprechen. Aber zuerst... Geht zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefehlt habe, und dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich. Und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flints Bande und ihre Höhlenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durchs Leben kommen. Ja, das kann ich verstehen. So. Ja, aber auf jeden Fall. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen verbuggt mit der Nachricht. Die Kammer kann nur alle 200 Jahre geöffnet werden. Und dieses Ereignis steht kurz bevor. Energie für New Haven. Na gut, aber jetzt schauen wir erstmal noch bei Scooter vorbei. Hallo, Claptrap. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Hallo, Scooter. Wenn du mich brauchst, ja? Ja, mach ich. Ich bin schon mal in der Scheune geboren, klar? Naja, eigentlich doch. Aber du solltest es nicht einfach glauben, wenn die Leute von irgendeiner magischen Tür reden. Schätze ausspuchen. Geht's TK gut? Zieh fürs Gute nach TK Baha. Ich habe gerade den Anruf von meinem Freund TK Baha bekommen. Du kennst ihn richtig, blind wie eine Fledermaus, aber er stärkt dir den Rücken, wenn es drauf ankommt. Wie auch immer, er hat mich angerufen, aber nichts gesagt. Der ruft nie an, wenn er keinen Grund hat. Könntest du mal nach ihm sehen, dich vergewissern, dass es ihm gut geht und nicht ein Skeks ein anderes Bein gefressen hat? Aber natürlich können wir das machen, Scooter. Klar, wir passen auf uns auf. Wir müssen noch selber schauen nach unserem guten Freund TK. Ah, Markus. Also ich glaube fest an die Kammer. Hier haben wir auch schon das schwarze Brett. Wie Motten zum Licht. Entzünde die Fackeln und töte Matrak. Drüben in den Arid Badlands, gleichöstlich von Shine Gravel Processor, sind Leute in der Nacht verschwunden. Einige behaupten, sie wurden von einem Monster-Rack verschleppt, den die Einheimischen nur Mordrock nennen. Dieses Biest scheint von Feuer angezogen zu werden und so werden wir es auch hervorlocken. Entzünde die drei Fackeln und wenn es sich zeigt, erledigst du es. Machen wir. Kingkiller, begib dich zu den Tetanus Varan und töte King Vivi. Tetanus Varan ist ein Höhlensystem und liegt unter großen, wackeligen Halden von rostigen Alteisen. Als wäre das nicht gefährlich genug, haust dort eine der größten Gefahren für New Haven, King Vivi. Er ist cholerisch oft betrunken und ständig von einem Schar Anhänger umgeben. Ich biete demjenigen eine fette Belohnung, der seine Schreckensherrschaft ein Ende setzt. Jawohl, machen wir. Und Säurekristallante. Claptrap, schrei mal leise. Sammle Säurekristalle in den Tetanus Varan. Mit Säurelementar-Artefakten kannst du deine Fähigkeit mit Säurekraft verbessern. Die Schlüsselkomponente eines solchen Artefakts ist der Säurekristall. Ich kann dir so ein Artefakt machen, aber du musst die Kristalle besorgen. Begib dich zu den Tetanus Varans und schieß auf die Kristallklumpen, um sie herauszubrechen. Hüte dich vor den Banditen, die sich in der Höhle aufhalten. Also Claptrap, was ist los mit dir, hä? Ja, dann suchen wir dir mal dein Reparatur-Kit. Und auch schon gefunden, das Reparatur-Kit für den Claptrap. Wunderprächtig, wunderprächtig. So, Kleppi. Jawohl, danke, Fremder. Jetzt wird es doch noch ein schöner, wunderbarer Tag. Wie soll ich bloß meinen Wertschätzung Ausdruck verleihen? Ich hab... Nimm dies, ich glaube, das wird dir gefallen. Ja. Hallo, Fremder. Hier geht es lang, bitte. Hallo, Claptrap. Dance, dance. Haha. Oh, ne Waffenkiste. Danke, Kleppi. Und lauter lausige Pistolen. Na gut. Können wir verkaufen. Dankeschön, Claptrap. Setzen wir auf jeden Fall unser Inventar-Upgrade noch ein. Yes. Wir können vier Waffen tragen. Nein, das sah ich gerade aus, dass ihr mein Schild verkauft, oder? Ja. Verdammt. Naja, fast. Okay, wir setzen auf jeden Fall den Revolver hier rein und den Schild... Oh, Gott sei Dank, dass man zurückkaufen kann. Huh. Also gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Generatoren. Scooter, ich habe gehört, bei dir steht ein Generator. Ja, da steht auch ein Generator. Der Generator läuft. Läuft, 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 läuft. Wunderbar. Strom am Wohnhaus einschalten. Dann werden wir doch mal sehen, wo wir da einen Strom einschalten an dem Wohnhaus. Yes. Auf dem Dach einschalten. Jawoll, ja. Das werden wir auch so gleich tun, wenn ich weiß, wie wir auf dieses Dach hochkommen. Ah, da gibt es eine Treppe. Haha. Wunderbar. Und der Strom läuft. Jetzt fehlt nur noch das Nordtor. Und auch hier läuft der Strom wieder. Und die Tore öffnen sich. Gegner da? Nein, keine Gegner. Okay, dann liefern wir den Auftrag mal ab. Ja, kann ich was für dich tun? Ja, Helena. Wir haben den Strom wieder angeschaltet. Du schreckst also nicht davor zurück, dir ab und zu die Fingerchen dreckig zu machen. Freut mich, dass du zu mehr als Banditenmetzeln zu gebrauchen bist. Aber natürlich, die Suche nach Tannis. Ja, da werde ich so gleich schauen. Die Suche nach Tannis. Sprich mit Tannis in ihrer Ausgrabungsstätte. Wenn du weiterhin auf die Kammer scharf bist, solltest du Patricia Tannis einen Besuch abstatten. Hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ja, wir werden ihn so gleich darauf ansprechen. Wir haben über dich gesprochen und sie will dich kennenlernen. Wenn du dich beeist, findest du sie vielleicht noch in ihrer Ausgrabungsstätte. Sprich unterwegs mit Claptrap, er wird dir das Tor öffnen. Also, dann gehen wir doch noch mal zu Scooter. Und dann noch zum schwarzen Brett und holen mal die ganze Mission für uns. Hey Mann, was willst du? Ich höre, du suchst dich an. Wenn es dann, dass kein Märchen wäre, schließe ich jetzt einzig im Viertel. Natürlich. Meistens eine Springerei, bloß um die Quests anzunehmen. Gar nicht wissen, wie anstrengend es wird, um die alle abzuarbeiten. So, was haben wir bekommen hier? Tagebücher von Patricia Tannis suchen. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen, bitte nicht. Schnitzeljagd, Sub-Machine Gun, jawohl. Säure Gestaltante hatten wir schon, Kingkiller hatten wir schon, wie die Motte zum Licht hatten wir schon. Wunderbar. Den Billig-Revolver können wir eigentlich verkaufen. Aerial Badlands, Rust Commons West und Tetanus Varans. Na, wollte ich doch sagen, wir reisen in die Aerial Badlands und schauen mal, ob's TK gut geht. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet mein Video und dann sage ich Wiederschauen und reingehauen. Und reingehauen.